und damit herzlich willkommen zu einer weiteren folge minecraft mit arom hier heute hallo genau heute spielen wir einen rand also kein randmeiler sondern wenn wir einen mob töten kommen zwei mobs und alle mobs die wir töten sporen dann im end es wird auf jeden fall lustig werden weil ich denke da sind sowas wie schafe oder sowas aber natürlich könnte ausgelärte sein zombies creeper die uns wirklich richtig auf den sack gehen können genau wenn ihr neu seid würde ich mir ein kostenloses abo freuen und einen like oder ein kommentar lassen für den youtube-algorithmus würde mich auch sehr sehr freuen danke für den ganzen kristen support in letzter zeit und wir starten mal direkt rein vor allem was witzig sein würde wenn da villager drin wären wenn man villager töten oder eisenkohle obwohl eisenkohlems wären sogar op auch mal um steht respawn der mobs im end das ist ja praktisch das ist genau wie meine ehemalsrichtung anzeige drin genau leute wir spielen noch mal kein randomizer was zum glück endlich mal der fall ist weil es ist wirklich mittlerweile sehr zu random gefasst und ja jetzt gehen wir noch mal auf stein ich will wieder verarschen es unter mir nur eine seite ist technischer fortschritt stabil system und zufrieden hoch hier ist ein creeper nein du lässt die kippe kippe sein natürlich können wir jetzt wir könnten jetzt natürlich auch alle mobstil die wir sehen ja dann haben wir halt am ende sehr viele aber es ist irgendwie sage ich auch mal geil weil man am ende mal sieht was man alles getötet hat was man vielleicht gar nicht in normalen microfeld so sage ich mal so mitbekommt Wither? nein in den Wither kämen wir heute nicht aber vielleicht wenn wir nachher auf Glaces gehen nennen Wither Skeleton Geld darauf wird es wahrscheinlich wird drauf ankommen was würde ich was würde ich es machen zu so Hä? Was? Nein. Hä, was ist das? Hä, was weiß ich das denn jetzt? Hier spawnen paar Schafe. Hä, aber das Schafe ist weg. Nein. Bei mir hat sich mein Schaf einfach wegteraportiert. Ich hab's einmal gesehen. Ja, weil, Aaron, alle Schafe in der Welt werden dann hierher teleportiert. Das hab ich ganz vergessen zu sagen. Wenn man einen Mob töten, werden alle Mobs zu dem Todesstandort hin teleportiert. Das heißt, wenn du einen Creeper zu dem Todesstandort, da wo das Mob gestorben ist. Das heißt, wenn du einen Creeper killst, kommen alle Creeper aus der gesamten Welt. Ja, aber da sind keine einzige Schafe gespawnt. Ja, aber wo spawnen die denn jetzt? Die sind alle bei mir die ganze Zeit, weil sie hier töten. Und dann werden sie ja noch verdoppelt. End Entity! Sweep Attack. Das sieht so gut aus. Also ich hab ein... Das Problem, wir brauchen jetzt glaub ich nicht mehr. Ich hab ein Stack. Also es reicht, glaub ich. Ich auch. Dann hör mal auf, sonst ist das Schwerk gleich kaputt. Hilfe. Hilfe. Also wir haben jetzt schon mal mit fast 70 Schafe im Endeffekt. Das ist ja sehr schlimm. Ich würd sagen, wir trailern hier nach Süden, oder? Jetzt sind 70. Jetzt trailern wir nach Süden, oder? Dadurch hab ich sechs Level bekommen. Ich auch. Aaron, ein paar Schweinchen kommen auch noch. Ach, weil du grad wahrscheinlich ein Schaf als erstes gekillt hast, als ich. Deshalb. Ich glaub, das ist immer zu dir. Okay, jetzt heisst du. Wo gehst du hin? Ich wollte gucken, ob ihr eisen müsst. Wir können auch noch einen Fuchs umbringen. Nein, das machen wir nicht, Leute. Wir sind keine Mörder. Ähm. Ja, unser Ziel ist heute, Minecraft durchzuspielen. Das ist sehr schön. Ähm. Und es macht Spaß, also. Ja. Und wenn übrigens auch nichts von dem Survival-Projekt, was bald anfängt, verpassen wird, dann. Könnt ihr natürlich auch mal gerne hier abonnieren, weil dann klickt auch die neuen Folgen hier auf YouTube zu sehen. Das ist einfach wieder ein R-Server. Wir wollen hier keine Werbung machen. Sondern es wird auch Nitrado steht. Oh nein, ich hab einen Zombie. Es wird nicht gut enden. Aaron, warte, ich mach's mal. Für die Wissenschaft. Ach, du Scheiße. Oh, 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 lauf, lauf. Achtung, Babyzombie, das hier, lauf. Ab ins Wasser. Ab ins Wasser. Ab ins Wasser. Die verbrennen alle. Die verbrennen alle, brauchst nicht mehr. Die verbrennen. Dinger, wie viele Zombies. Also diese Einstellung liebe ich jetzt schon. Alter, wie ist das jetzt mit Eisengohl? Die spawnern auch alle bei dir. Das wäre ja ne übelste Einstellung. Alter, guck mal hier, die verbrennen alle. Ihr habt sie verloren. Wo bist du? Ich hab hier grad so ne feurige Schlange hinter mir. Kommt hier her, ihr kleinen Lappen. Da hinten ist ein Creeper. Aaron? Wo? Nein, der ist schon wieder nicht. Der geht eh Feuer hoch. Digga, was macht er denn? Pass auf, du kommst. Dann lauf, lieber. Oh nein, Aaron. Och. Komm, lass, 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 lass. Lass dich überweiten. Warte. Oh! Digga! Das ist wirklich mal eine amüsante Challenge, schuldig! Ah! Oh, das warst du! Was war das denn? Das warst du! Ich weiß, wenn das nur zweieinhalb macht. Gestorben durch ein Schaf! Nee, das war mein Schwert. So. Warte gut, bitte. Nö, das ist kreise. Wir haben jetzt schon wieder so viele Mobs im End. Warte mal nicht. Oh, die gehen jetzt gleich richtig auf den Nerv. Warte mal nicht. Aber Leute, bislang ist es eigentlich... ...sehr... ...chillig. Also... Alter, dann bekommen wir auch alle Blazes zu uns auf einmal. Oder alle Widderskeletten. Oh mein Gott! Oh! Oh, geile Cave! Übrigens im Projekt mit Aaron werden wir natürlich versuchen, eine Stadt zu bauen und überleben. Die wird sehr, sehr schön werden. Ähm... Genau, wenn ihr da nichts zu viel gesagt verpassen wollt, checkt auf jeden Fall hier mal YouTube ab. Abonniert die Glocke, das könnt ihr auch gerne machen. Abonnieren und die Glocke aktivieren. Ähm... Abonniert die Glocke. Ähm... Ist mein Computer ein bisschen abgekalt. Deswegen machen wir es jetzt mit dem Server mit Aaron zusammen, weil zusammen schläft man eh meistens mehr. Ähm... Und... Ja. Was passiert eigentlich, wenn ich einen Fisch töte? Ne, alle Tittenfische. Oh, ho, ho! Kommt mal ja, meine kleinen... Oh, Glovesquids. Das sind aber weniger. Das muss man schon sagen, das sind aber weniger. Wir suchen einfach weiter nach Süden. Oh, wir suchen nach einem Dorf. Ah, hi! Oh, wir prüfen mehr. Joa... Bisschen... Ui... Ui... Was? Oh, ein kleines... ein kleines Room Portal. Äh, Achtung, da ist ein Dreizack. Wo? Da rechts im Wasser. Ich seh ihn noch nicht mal. Warte, ich gelooten. Hätte ja noch gewartet, aber... Jonas, komm hoch, komm hoch. Wo ist er denn? Ich seh ihn gar nicht. Das... Digga, gehst du auf mich auf einmal. Ach, da ist er! Jo. Wo ist er denn? Wo bist du denn? Ah, warte. Jonas, komm, stüt, 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 stüt. Fahr! Ich steck ein! Ich hab übrigens... ...zwei... ...Obi... ...einen OP... ...nä, einen Gap... ...nen... Ach, hat das mehr Angriffschaden? Nö... ...aber ein Gottschwert mit Halbbarkeit... ...und ein Flint-End-Stil. Okay... ...huch... ...aber Wege sind schon ganz schwer, Obi. Fahr mal rechts dran vorbei. Fahr mal rechts dran vorbei. Danke. Weil wir könnten vielleicht auch noch über den Schiff-Frags spielen. Rechts. Ups. Ja gut, rechts. Es ist jetzt nicht mehr oder eine Farmer hier irgendwo dran. Nicht da gerade, wo ein paar Zombies sind. Wir wollen am Strand. Ich höre wie ein Zombie. Skelett, Skelett, Skelett. Oh mein Gott! Es ist ja richtig schlecht, äh... ...eintig die zu gehen. Digga, Jonas sind wir dumm. Wir haben noch unendlich viel Wolle. Lass doch einfach penden gehen. Pass auf, du hast ein Skelett, ja... ...Skelett, Skelett... Weißt du, was ich hier das jetzt? Nein, Jonas, komm schnell hier rein, komm schnell hier rein, wir schlafen jetzt. Dann bau zu! Ich hab keine... Ich hab Glöcke. Hallo? Ich will nicht mehr gehen. Uh oh. Digga! Ja, heute heißt es, ihr seht schon diese Anstellung. Hat ein paar Probleme mit sich. Jeder macht sich selbst. Sweet dreams! Ehhh... 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 Träumen was schönes... Ehhh... Habe ich gemacht. Die Skelette sind verschwunden! Nein, das lebt noch. Oh. Zombie stöhnt. Hallo, ich will dein Bett mit... Oh. War mein... War dein Bett? Nee. Ehhh... Ehhh... Nee, das ist doch weg. Komm, platziere ich fahr! Ey, wie... Ich geh's doch nur rum. Wollen wir nicht lieber hier oben? Hier oben lang? Weil jetzt, wo wir hier freie Fahrt haben außer den Creeper da hinten... Wo bist du denn jetzt schon weg? Ich bin einfach nur ein bisschen weiter nach links gelatscht. Und da. Ist noch ein Creeper. Ja, lass den Creeper Creeper sein. Aron, hast du schon irgendwelche Ideen, die wir in unserem Survival-Projekt bauen können? Nee, also eigentlich noch nicht so irgendwie, keine Ahnung. Also Leute, jetzt eure Time, wenn ihr irgendwelche Ideen habt. Ich könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Ähm... Obwohl doch, also das, was nicht fehlen darf, ist wieder Nebel. Ja, und die Augen. Also ich brauche eine Augen-Base wieder. Ach, scheiße. Ne, E4-4! E4-4! Okay. Och, die wollte ich nehmen. Jona... Ach so, sorry. Planiert. Was hast du denn, Aron? Wie viel Obli hast du? Zwei. Und hier unten ist... Lava. Das wäre ja eigentlich ein gutes Portal. Jaaaa... Wollen wir dann vielleicht hier... Ja, einer muss jetzt auf Eisen gehen. Warte, Aron... Wie viel Eisen? Man kann doch mit einer Gold Eisen abbauen, oder? Jaaaa... Gut. Dann mach ich dann... Tata, dann mach ich mit Türen. Dann probier mal, äh... Kannst du mir nochmal die Eisen-Klumpen? Eisen-Klumpen, 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 gib die mal. Ich kriegste... Äh... Ein paar... Ich brauche hier Eisen-Klumpen. Ach so, Eisen, ja. Das... So, vielleicht kriegst du noch mal einen Ofen hin. Ja... Dich... Leck... Ich hab keine Eisen bekommen. Was ist das denn für ein Scam? Kann man Eisen doch nicht mit Gold abbauen? Scheint nicht. Ne, hä? Jetzt hab ich hier grad übelst gescamt. Ich hab Eisen. Wie viel? Zwei. Es reicht. Ja, super, danke. Wofür hab ich grad Türen gemacht? Ich hab auch nur für Türen... Ich hab auch nur für Türen gemacht. Obwohl ich nehm das andere mit, damit wir uns Schilden... Schilde noch machen können. Ja, ich traune gerade. Ähm... Wollen wir labisch nicht? Ich hab alles. Super, wirst du gießen oder soll ich gießen? Kann ich probieren? Ja, wie du füllst. So lange nicht die ganze Laube noch weg machst. Gehst du eigentlich easy. Ich kann's sogar eigentlich mittlerweile schnell. Ja, ich hab ja extra schon eine Blöcke platziert. Kannst du das mitnehmen? Ne. Die nutzt, was die Lava noch nicht weg geht. Du brauchst noch Wasser. Ich weiß, aber ich bräuchte noch ein bisschen Stein. Also als Schutz. Oh, ich hab sie dazu gemacht. Ja. Scheiße. Dann kommen ja auch die ganzen... Blazes. Ja. 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 Ja, ja, ja. Müde. Ich hasse es. Heute begann nicht mehr von Hot Floor. Damage. Viel Spaß. Was wird das? Der ist richtig. So. Was wird das? So. Fertig. Kann ich auch mal kurz ein bisschen den Eimer haben? Ich will auch kurz manche mögends heißes kriegen, danke. Wieso brennst du auf einmal? Ja, weil du mich angezündet hast. Wollen wir rein? Warte. Mal holst du nur einmal kurz... Schild? Ja. Wo bist du? Hier oben. Hier. Aaron. Hier. Jetzt ist es nicht... Ne, mit rechts. Hier. Hier. Das ist zum Glück toll, dass das hier nicht mit sneaking ist. Ich lern's nicht. Äh... Ich geh rein. Woowowowowow. Komm, gutsborn. Komm, gong, 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 gong. was ich kam da gehen wir auch nicht runter durch die Mitte heute nicht danke kann ich auch mal angreifen der Arsch und nein die müssen aushalten nein aber lass einfach hier oben weiter was ist das denn kannst du jetzt auch für einen Schaden zu nehmen bitte regenerierst du dich bitte ja hier ist Feuer oh das ist schön ah und ist da oben lang soll ich noch kurz da wo jetzt anderes gelett ist das das wir können das hier oben wir können das das man könnte das das ist auch ein way to go indem man dieses skelett runter baut und dann äh den kill und dann sind die alle unten da sind die getrappt das auch so in den gast ist ich frage wo wir lang gehen hier ist der erst zerklüftet denn der da ne bist du gerade ich gehe hier aaron aaron hinter dir hier oben hallo hab du das schon weiter gegangen du musst hier nicht rüberjumpen du musst hier nicht rüberjumpen na halt sicher gehen so momentan das skelett jetzt ignorieren wir uns mit einem einfach dran vorbei ja ignorieren es ignoriert uns aber nicht doch tut's doch hier einfach mal lang schläger บau ups hier sind wir eigentlich perfekte hühe nachher kommt es auf hinten ja Ich hab hier zwei Blöcke geemplaziert, wie easy. Ich hab hier der strongest Mann auf der Erdgeschichte. Was ist das denn? Bautnissen Gas. Wieso ist er so niedrig? Wollen wir mal hinten rum? Worum? Nach Norden. Wir haben völlig Pech mit Netter. Das ist leider oft. Das ist wirklich die größte Kack. Wo bist du denn? Ja, ich komm mich. Was ist denn hochgesteckt? Was ist denn jetzt gerade Richtung Norden? Du hast ihn hochgesteckt, ne? Ja. Ja, warte, ich komm auch wieder hoch. Das hat uns scheiß gemacht, weil wir gleich in... Das ist exakt immer noch die gleiche Richtung, wo wir waren. Was da sind wir gekommen? Von Norden sind wir nicht gekommen. Ne, aber hier sind wir Richtung Norden schon gegangen, aber dann sind wir da hinten runter gegangen. Und lass mal da rechts, hier. Wo bist du jetzt? Ich habe einen weiteren Weg. Ich bin jetzt bei 62 minus 7. Wo bist du? Also bei mir geht's weiter. Wo bist du? Ahren? Ich glaube, Ahren ist uns voll schauen gegangen. Ich bin jetzt bei 63 minus 33. Höhe 6. Ich kann keine Blöcke platzieren. Doch jetzt. Minus 33 und das letzte? Ne, das nicht. Das letzte ist die Minus 33. So und das erste? Ich seh dich doch schon. Geradeaus. Auch da. Und... Oha. Spring nicht zu weit. Kleiner Tipp. Oha. 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 hallo ich hab's auch noch mal angehütet renn weg einfach renn weg wir sind fest mit safe wo wirst du jetzt hin runter wenn wir mal an ein anderes biom kommen würden wir müssen jetzt hierüber pass auf so eine slava ich hab kein essen mehr fast wie fast verfuttert steckt fast ich hab nur noch zehn stück ich hab noch 39 ja nein was muss ich wenn man hier durchgeht nichts gutes ist ne sackgasse egal die schweine kommen die sind hoffentlich kein ein block breit zum glück nicht hier müssen wir wieder rauskommen ah hi du bist aber nett wir können dir halt auch nicht gehen ne sonst hast du alle das ist aber noch mal eine lustige einstellung finde ich wir sind gleich auf dem dach das ist gut also auf diesem pilz oh mein gott aron 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 hoff 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 wer schießt hier ich muss einfach hier weiter aron 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 ja ich hab schon wieder Hunger aber Friedrich könnten diese Schweine killen weil das ist ne Essensquelle ja es ist super ähm um ich bin gut sie geht mit dem los zu üblich gehabt ich habe ein bisschen wenig leben war nur ein bisschen nicht eine feste ohne best immer beides bester bester wäre ich meine besten wäre eine bester ich habe eine wo aber das ist ein room portal oder das ist ein gemessenbild bitte aus wie ein goldblöck ist aber keiner nein das sind diese komischen Bäume Bildlichter warte der Bild ich bin aber es wird es ich hab genießt so genießt genossen ich hab genossen es zu niesen Ah ne Falk ist es nur was ich hab hier noch ich hab noch 36 Fleisch jetzt noch ich hatte doch noch was im Inventar hallo hallo ah und hast du mir mit dem Block platziert und hast du mir mit dem Block wie was ich bin doch dann macht es mehr so nach drüben zu gehen ist auf dem schwein und nein Achtung Pickeln ist akku auf dich oh scheiße die sind akku auf mich wieso trifft mich denn digga macht das viel schaden erwartet der hat den seine eigene kollegen gekillt und die schweine das wort ist da sind sie kannst du einmal in die Lava hauen kannst du in die Lava hauen die macht der schaden mit dem fucking goldschwert wir sehen uns nächsten zwei bis dahin hau da rein und ciao ich glaube Das war's.